Hallo, mein Name ist Silvia Hansen-Schirra. Ich unterrichte in der Projektwoche den Kurs zur Existenzgründung. Mein Kurs in fünf Worten, praxisnah, berufsorientiert, Einstiegshilfe für Freiberufler. In meinem Berufsalltag spielt Kaffee eine zentrale Rolle. Damit halte ich mein Business am Laufen. In meinem Projektwoche-Seminar wird ein Gast aus der Praxis uns die Grundlagen zur Existenzgründung vermitteln. Im weiteren Verlauf des Seminars arbeiten wir dann interaktiv an Business-Plänen.